Schmieg, wir machen unser Snapchat auf Deutsch heute und du bist so gut. Deine Svestern? Sie sind nicht hier. Oh, Wink ist hier. Wink, es ist kalt. Nicht Chicago kalt, aber es ist zwanzig. Nur es ist zwanzig, Harps. Harps, möchtest du etwas zu essen? Wink, wie immer. Ja, es ist Frischdruckzeit. Tanzen auf Deutsch. Bist du fertig? Du hast nicht gegessen. Hast du keinen Hunger? Das ist besser. Sehr gut. Es ist ein Herz. Mein Herz. Schmeckt gut. Wink, es ist Abendessen Zeit. Hast du Hunger, Wink? Ja, möchtest du Abendessen? Ja. Brauchst du Käse? Du hast keinen Käse. Du liebst Käse. Hallo, meine Freunde. Es ist Waffeltzeit. Mochten Sie wafeln? Wink? Ja. Waffeltzeit. Waffeltzeit. Maggie? Jasmin? Waffel? Ja. Hm. Mochten Sie noch eine Waffel? Ich habe mehr. Sehr gut, Jasmin. Sehr gut, Wink. Schme, du bist die Beste. Käse, du bist auch die Beste. Harps, die Beste. habe ich mit einem venent. Ich habe auch das Beste. Nicole, mart.